Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Elex. Da ist ein Weltenherz! Gut oder böse? Okay, böse. Wow, wow, wow! Oh mein Gott! Mein Gott war der stark! Okay, muss ich sofort drauf vorbereitet sein? Lass mich nur machen! Okay, bitte! Boah, den krieg ich, ne? Ey, ganz ehrlich, den Sack krieg ich. Den krieg ich. Das ist, das ist jetzt meine Passion, ist das jetzt. Dich hole ich mir! Warum eigentlich? Genau, Visier ruhig ihn an. Wir kriegen den! Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ähm, Duras, bitte. Duras. 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 Nein! Jetzt hat er geblockt, die Sau. Oh Gott, der kommt hier hoch. Oh Gott, der kommt hier hoch. Oh, ich bin... Oh Mann! Wir kriegen den nicht tot. Selbst zusammen nicht. Das ist doch niederschmetternd. Vielleicht... Vielleicht... Einmal versuche ich das jetzt noch. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Kämpf nicht gegen mich! Kämpf gegen ihn! Kämpf gegen ihn! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Was macht das Vieh denn jetzt hier? Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier für ne Scheiße? Toll, Duras ist kaputt und das sollen die beiden erstmal. Vielleicht habe ich die Chance, dass die sich gegenseitig fertig machen. Okay, wohl doch nicht. Ja. Nein. Jetzt reicht's, ich geb auf. Ich geb auf. Ihr habt die Schnauze voll. Das wird so nix. Das wird so nix. Ich bin wahrscheinlich, boah, ich bin so ein Versager. Nein, brauchst du nicht. Ich lauf nämlich einfach dran vorbei. Dann brauchst du mich nämlich überhaupt nicht holen. Duras rennt nämlich auch einfach nur vorbei. Ähm. Hier sind tote Setzer. Das sind aber nicht die, die hier sein sollten, oder? Ich glaube, ich bin ganz woanders gelandet, wo ich eigentlich nicht sein sollte. Ich laufe durch die ganze Weltgeschichte rum und ich habe total verpasst, wo die sind. Ach Duras, mein Gott, erschreckt mich nicht so. Der ist ja immer noch hinter uns her. Wir sind wahrscheinlich genau da, wo wir nicht sein sollten. Irgendwo, wo es saugefährlich ist, denn ich bin gerade mega abgerutscht. Ich wollte hier nicht sein. Ja, willkommen im Land der Riesen. Da drüben ist ein Unhold. Ich suche einfach nur noch so ein Teleport-Ding, ne? Damit ich ganz schnell wieder nach Hause kann. Ich finde keins. Die Musik wird höchstens so komisch. Ein Weltenherz. Mit ihnen werden wir die Welt heilen. Ein Herz nach dem anderen. Ach, das ist ein Weltenherz jetzt? Aha. Das Weltenherz macht komische Geräusche. Was sind das denn da unten für Leute? Die sehen böse aus. Die sind mit Sicherheit sehr, sehr böse. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist das eine riesige Spinne da hinten? Ich will hier weg, ey. Das Vieh da unten hat uns gesehen. Ist hier nicht irgendwo so ein Teleport, bitte? Ich möchte einfach nur nach Hause. Was ist das denn da hinten für ein Vieh? Boah Leute, mit mir seht ihr hier richtig die Welt, ey. Oh Gott, ich höre sie. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Jetzt hör auf zu schießen. Mach die nicht nur sauer. Teleport? Nein. Scheiße. Oh mein Gott. Habt ihr diese riesige Spinne gesehen? Boah. Mega. Und da hinten, das sah aus wie so ein Wehrwolf. Ich wollte eigentlich meine Mission zu Ende machen, aber ich finde den Typen nicht. Ich habe mich total verlaufen. Und jetzt stehe ich hier. Ich kriege das hier nicht gebacken. Da, was ist das? Was ist das bitte? Was ist das da unten bitte für ein Vieh? Hier sollten wir besser wachsam sein. Ja, wir sollten hier besser gar nicht sein, finde ich. Ist ja nur so meine Meinung, ne? Ich will hier einfach nur weg. Ich möchte irgendwo ein Teleport. Zurück zur Stadt. Und dann einfach nochmal normal irgendwie gehen, laufen. Irgendwie. Ich nehme auch eine andere Mission an. Können wir auch machen. Ist hier oben ein Teleport. Oh. Toter Berserker. Da möchte jemand eine Runde starten. Hier waren sie nicht sicher. Da hinten sind zwei von diesen Wehrwölfen. Da oben ist schon wieder Gift. Oh holla. Ich erkunde hier richtig die Welt. Kann ja nicht sein, dass hier weit und breit kein Teleport ist. Hier muss einer sein. Und warum sind alle Menschen böse, die wir treffen? Da vorne sind auch böse. Da ist ein Schiff. Und auch da sind böse Menschen. Alle wollen uns ans Leder. Ja. So war das überhaupt nicht abgesprochen. Ach du bist das. Mach mir hier nicht so ne Angst, ey. Okay. Okay. Da oben wird es schon wieder stinkig. Oh, was ist das denn? Ähm. Irgendetwas sagt mir, dass es da drinnen nicht ganz so sicher ist. Was ist das denn? Du siehst uns nicht. Wir sehen dich nicht. Okay. Da sind tote Menschen. Er hat uns nicht gesehen. Er hat meinen Rat befolgt. Attac. Attac? Wer ist denn Attac? Kenn ich den nicht irgendwoher? Sag mir was. Attac. Verbanter. Zigarettenstange. Wir gehen mal hier rein. Grindel. Gehört bestimmt zu irgendeiner Mission. Ah, einmal eins muss ich ja jetzt. Äh. Ich finde echt viel. Was soll ich machen? Zu einfach. Ich habe es geschafft. Da bin ich gut. Sollen wir jetzt verschwinden? Sollen wir da hoch? Die Leiter hoch? Ich weiß nicht, wie wir vorgehen sollen. Ich gebe mir mal ein Tränkchen. Fakt ist es, wenn wir da die Leiter hoch sind, sind wir tot. Oder? Ne, da ist Schatten da. Das röhnt die Treppe hoch. Das glaube ich ja nicht. Das ist die Treppe hochgerannt. Das Vieh ist die Treppe hochgerannt. Ich weiß nicht, ich habe da eine Anleitung vergessen. Das ist mir gerade sowas von egal. Das Vieh ist die Treppe hochgerannt. Wer rechnet bitte damit? Jetzt mal ohne Scheiß. Wer rechnet damit, dass so ein Vieh die Treppe hoch rennt? Vielleicht werden wir uns dücken. Vielleicht sieht uns das nicht. Geht es jetzt auch die Treppe wieder runter? Boah, ich bin voll am... Boah. Oh Gott, das ist noch... Na, hör doch auf! Schieß doch nicht auf das Vieh! Scheiße. Mach das! was? Bist du dumm? Machen. Was? Mach du mal. Was? Ach, du Rass. Ja. 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 Mach du mal. Was soll ich jetzt dazu sagen, du Rass? Das viel soll einfach... Ey! Ist da irgendwo ein Teleport? Nein! Oh mein Gott, was ist da? Da ist es schon wieder. Da ist schon wieder ein anderes oder so. Ich hab keine Ahnung. Wir sind hier irgendwo, wo wir nicht sein sollten. Noch nicht, zumindest. Was ist das?! Was ist das? Duras ist tot. Noch nicht ganz. Da ist ein Vieh? Oh, du sagst doch. Ach mein Gott, ey. Hör doch einfach mal auf, ey. Du machst alles kaputt. Ich versuch hier gerade irgendwie einen Weg nach Hause zu finden und er legt sich hier mit jeden an. Weil hier sind voll die... Hier sind viele von diesen Viechern. Ein Teleport! Hier sind früher viele Zivilisten gelebt haben. Euch. Hier ist ein Teleport. Ich muss mich konzentrieren. Oh scheiße. Pass auf. Ich speichere das Spiel jetzt hier. Und dann geht's um die Wurst. Egal wo wir landen. Es ist scheißegal. Hauptsache wir kommen hier weg. Ich kann den Teleport nicht mehr benutzen. Oh Gott. Oh Gott. Wir sterben elendig. Ich werde elendig hier sterben. Ja, ich werde elendig. Ich kann irgendwie... Es macht euch gegenseitig kalt. Dann habe ich wenigstens eine Chance zu fliehen. Aber für die Zuschauer. Genau. Das ist gut. Haut ab. Haut ab. Der Vogel hat gewonnen. Ich habe es gerade geschafft, dass da alle ruhig sind. Oh Gott sei Dank, wir sind zu Hause. Oh Gott. Man hat sich total verlaufen. Ey, total verlaufen. Das ist krank. Ey, diese Piranha-Weiz-Leute, echt. Ey, das ist krank. Das ist einfach nur krank, was ihr gemacht habt. Ehrlich. Wo war ich überhaupt? Ich war da unten. Boah, wie bin, habe ich mich denn da unten verlaufen? Bin ich hier überhaupt überall? Hier ist die Wüste, denke ich mal. Hier komme ich gar nicht hin. Noch nicht wahrscheinlich. Aha, hier. Da ist der Bauer. Oh Gott. So, dahin teleportieren. Und dann starten wir das jetzt nochmal neu. Boah Leute, ich muss mich auch verabschieden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.